Aufholjagd 2011, das ist der Schanzer Motto für die Rückrunde in dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Und damit schon mal ein Hallo aus dem Fanshop des FC Ingolstadt, hier inmitten des Audi Sportparks. Mittelfeldspieler Fabian Gerber ist jetzt bei mir. Servus Fabi. Servus Maik. Wenn du in den Fanshop reingehst, was interessiert dich denn da als erstes am meisten? Ja, man geht natürlich in den Fanshop in erster Linie wegen den Trikots, schaut sich natürlich die Heimtrikots an, die Auswärtstrikots. Und ja, da ist mir witzigerweise vorhin auch aufgefallen, dass wir ein hellblaues Trikot haben, was wir diese Saison noch gar nicht getragen haben. Ich bin mal gespannt, ob wir das nochmal irgendwann anziehen werden. Aber wie gesagt, man sieht immer Neuigkeiten, ob es Trikots sind, ob Schals sind. Ich denke, man geht in den Fanshop rein und schaut sich einfach alles mal an. Und man wird natürlich auch schnell fündig. Du bist auch zweifacher Familienvater, hast zwei kleine Jungs. Kriegen die auch was vom Fanshop hier und da? Natürlich. Gleich am Anfang der Saison wurden beide natürlich eingekleidet. Sprich, haben beide einen Schal und beide natürlich auch ein Trikot bekommen, damit natürlich auch jeder gleich im Stadion erkennt, die zwei Jungs gehören zu mir. Dein Beruf, der Fußball, der ist dir ja schon eigentlich in die Wiege gelegt worden. Ja, dadurch, dass mein Vater selbst Fußballprofi war über viele Jahre und ich einen älteren Bruder habe, ist richtig. Dann habe ich natürlich von klein auf angefangen, gegen den Ball zu treten, weil natürlich auch überall im Haus ein Fußball rumlag. Und mein Bruder ist wie gesagt fünf Jahre älter. Der hat mich schon von klein auf immer mit auf die Bolzplätze geschleppt. Und so musste ich natürlich von klein auf mich immer schon gegen Ältere, gegen körperlich Stärkere durchsetzen. Und das war natürlich für mich ein super Training. Du bist dann Profi geworden, warst später beim SC Freiburg und hattest da einen ganz, ganz großen Schutzengel. Ja, stimmt. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war 2002. Da hatte ich einen sehr schweren Motorradunfall mit vielen Knochenbrüchen. Und da stand es wirklich auf der Kippe, ob ich meinen Beruf Fußballprofi noch weiterhin ausüben darf. Viele Ärzte haben gesagt, es kann sein, es kann auch nicht sein. Und das war natürlich in dem Moment ein Schock für mich, ein harter Moment. Aber ich wollte es natürlich meiner Familie und in erster Linie auch mir selber beweisen, dass ich nochmal zurückkomme, dass ich meinen Sport natürlich, den ich über alles liebe, weiterhin ausüben darf. Und so habe ich mich natürlich jeden Tag mehrere Stunden in die Reha gequält und hart geschuftet fürs Comeback. Und das ist mir dann Gott sei Dank ein halbes Jahr später dann auch gelungen. Das war deine ganz persönliche Aufholjagd, die dir ja Gott sei Dank auch geglückt ist. Die sportliche Aufholjagd, die gibt es auch. Nämlich die hier, der Aufholjagdschal 2011 zu erhalten, hier im Fanshop beim FC Ingolstadt im Audi Sportpark für 10 Euro. Dankeschön fürs Interview Fabian Gerber, dir viel Erfolg. A verletzungsfrei, B für die Aufholjagd. Danke auch. Und damit zurück ins Stadion. Das war jetzt Нап senator. Der ist Wult.